Hassan, Hassan! Hassan, hey! Ich denke euch an dieser Stelle sicher. Wie sind wir hier gelandet? Das zeigen wir euch gerade in diesem heutigen Video. Aber zuerst liken und subscriben! Booooom! Was all my people... Ich isch er. Booy. Me hor. Da flyes, ja sir! Der Boy geht heute auf Köln! Tschüss! Yes! Hör mal, die Leute! Es ist so kalt und es ist so offiziell jetzt in Köln. Wir haben jetzt geschafft. Nach 8 Stunden Zugfahrer, Alter, sind wir endlich ankommen. So, wir gehen jetzt in unser Hotel suchen. Dann sehen wir gleich später. Sir, Puss. Okay, okay. Oh, okay, okay. Flat screen. Jungen! Chill, das kannst du rausschieben. Okay, okay. Es ist nicht schlecht, es ist nicht schlecht. Wir haben hier alles wie bitter. Flat screen. Dusche. Scheiss alles. Sexy Boy wieder. Sexy Boy wieder. Nach dieser 8-stündigen Zugfahrt haben wir erst mal neppen. Weil wir beide wussten, morgen ist ein big day und wir brauchen big energy. Yes sir! Wir sind jetzt in der Erkundungsphase. Das heisst, wir wissen nicht, was wir machen. Wir wissen nicht, wo dauern. Jungs, Jungs, Jungs. Wo ist heute das Karneval? Zülpi. 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 Zülpischer Platz da vorne. Weil wir sind aus der Schweiz eben, weisst du. Aus der Schweiz? Hey. Ich nicht. Jafix, Junge. Folgt uns. Jafix. 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 So, Freunde. Kommt mit uns mit, wir gehen auch zu Zülpischer Platz. Ja. Vamos. Ey, die korrekten Boys haben uns dann direkt zum Szenenplan. in der Schule. Die Strasse, wo wirklich alle Party machen, alle verkleidete sind. Und alle Ladies sind. Kannst du das action für uns? Das ist nicht. Youtube oder vom YouTube? Kann ich? Ja nicht? EEEUEUEUEUE. Okay, 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 Scheideggel, es ist wirklich schwer für mich, so Hochtesch reden, Weil es bei mir einfach richtig wack. Nein! Wie können wir Challenge machen? Im Deutschen. Nein. Was geht, Jungs! Alles fit bei euch? Ja, muss ja, muss ja. Und wo seid ihr? Koblenz. Koblenz! Ja? Kannst du das echsen für mich oder kannst du das echsen? Ich kann das echsen. Komm! Komm, komm, komm! Nein, ich nicht! Du! Nein, nein, du! Ich? Du musst das echsen. Macher! Macher, Macher, Macher! Ah! Danke! Achtung! War ein guter, war ein guter! War ein guter! War ein guter! Hey, Jungs! Schönen Tag noch! Wir wollten eigentlich noch ein Kostüm holen, bevor wir ins Hotel gehen. Aber der Laden hat als einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sehen Sie es selber! Fuck, Mist! Das war das, Alter! Das war das, schau! Wir sind dann also mit dem Taxi wieder ins Hotel gefahren, weil wir haben gewusst, heute wieder legendäre Nacht. Also wir müssen uns noch ein bisschen ready machen. Sir! Man, wir sind hier in der Szene drin. Hallo! Was macht hier? Du bist okay? Ja, mit der Letzte! Folgt ihm mal alle! Folgt ihm mal! Folgt ihm mal alle! Du hattest gut aus! Folgt ihm alle! Alles gut! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich bin mal alle! Wie geht's? Wie geht's? Wir werden jetzt in der時候 zum Neusten um Daniel Schönen? Wir müssen uns die Zeit! Wir müssen uns nicht einladen. Wir müssen uns nicht einladen! Wir müssen uns nicht einladen! Wir müssen uns nicht drehen! Wir müssen uns jetzt so raus! Hast du mitgegriffen! Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Hast du? Hast du hast du? Hast du? Hast du hast du? Köln war am Brennen. Köln war am Leben. Ihr könnt euch vorstellen, wie wenn Serbien gegen Albanien spielt an der Langstrasse. Es ist leid, Alter. Ey, auf den Zöläschchen. Ist ein YouTuber. Was meinst du denn? Matropf, ihr wisst! Das war leid, das war leid. Eiwa, 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 ihr falschen Puffis. Ihr bleibt da. Was sagen, Bruder? Free battle! Korweiler! Korweiler hier vor sind. CJ in der Sahbe. Ey, war Wahnsinn, dass wir rauskratzen, sorry. Ey, warum rauskratzen? Ey, Jungs! Korweiler ist die 1 in der Sahbe. Wir haben später auf spontan einen Dude getroffen, der sich freiwillig gemeldet hat, dass er heute Abend Cameraman ist. Ey, W-Mans. Wir sind dann mit ihm etwas umgezogen und haben die Mädchen gefragt, was sie mich von 1 bis 10 raten würden. Ey, ey, was würdest du mit Bertine passieren? Nein, ich von selber? Nein, 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 nein! Neun? Neun? Nein, uuuuuh! Oh shit, oh shit, oh shit. Sie sind von hier oder? Nein. Von wo? Aus ... Oh, was ist es neu? Okay, okay, ey. Das ist deine Nummer. Meine? Ich weiß nicht. Komm schon, komm schon! Okay, komm! Ja! Ja! Wir müssen ihn raten. Von 1 bis 10. Von 1 bis 10? Nein! Was? 10 von 10! 10 von 10! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin ehrlich, bei seinem Auftreten muss man die Melodie... Ja! Komm schon, wir warten. Von 1 bis 10? Nein! Das ist der Goat! Der Goat! Oh, sorry, Daddy! Nein! 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 Hey, hey! Fresh & Bart, Jungs! Ja, wir frisch wachsen! Ah! Oh! Oh! Mein Pippo, ihr wisst, zu einem guten Abend gehört auch gute Musik und einen guten Ausgang. Wir haben's fucking brennen lassen! Lütt, du Hammerbraut! Du bist doch total versaut! Lütt, 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 lütt. Aaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Das war es dann auch schon fast. Bevor wir ins Hotel gingen, haben wir noch 2 Runden gemacht. Wir wollten noch die letzte Szene miterleben. Und ey, ich kann sagen, das war ein krasser, legendärer Abend. Ich will eine Shuttleboxen da vor. Shuttleboxen? Hey, Shuttleboxen. Okay, okay. super fast ab. Okay, hey! Ohh, oh haha! Oh my God! Oh, oh! Omg T. das ist heiß! Oh my Gott! Das ist King Orb père. Mike, heiße! Hey, soll ich dir einen Song vorsspielen? Das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Ja, okay, okay, okay! Wie groß bist du? Ich bin Zolita. Haaland, einfach Haaland getroffen, type sheet. Bist du Center? Nein, Bruder. Tschüss! Einmal Zyklen zu sehen! Bis zum nächsten Mal.